guten morgen so ein fröhliches hallo aus der bereits sagen wir mal abgedunkelten wohnung gerade voll durchgelüftet und jetzt hoffen wir dass wir die hitze ein bisschen draußen halten nichtsdestotrotz wir haben gleich halb zehn jetzt machen wir erst mal das auto leer weil wir gestern angekommen sind und quasi nur das wichtigste rausgeholt haben das heißt alles andere ist noch drin und will ausgeräumt werden ja schade dass wir das machen müssen und nicht irgendjemand anders aber egal so ist es halt frisch geduscht frisch angezogen wieder zu hause die sachen sind aus dem auto raus und jetzt fahren wir erst mal zur angie weil die habe ich jetzt lange nicht gesehen von da an das große wiedersehen seid ihr auch so gespannt vielleicht hat es sich verändert kurz haarschnitt pagen schnitt nein kein kurzer schnitt kaum veränderung es ist doch ein schönes gefühl wenn man merkt man wird gebraucht bin jetzt hierher gekommen und haben wir erst mal erzählt so wie war deine woche wie war meine woche wobei meine woche ja relativ offensichtlicher war als angies woche aber jetzt habe ich erst mal hier so eine alte festplatte zum laufen gebracht da muss ich erst wieder kommen sie setzt sich nicht ins bild ich gehe davon aus doch ich sollte die du sitzt nur so komisch ich habe dich auf der anderen seite erwartet ja ich wollte lieber eben licht sitzen weil eigentlich ist hier dunkel ja weil ich habe alles alles zugerampelt ja es ist ja auch super es ist schön kühl deshalb kühl ist relativ also mir ist irgendwie trotzdem warm ja natürlich ist es warm aber besser als draußen ja ja auf dieser festplatte jedenfalls hat noch so eine alte festplatte wo mir jetzt gesagt wurde ich soll schleunigst eine neue kaufen ja das sind halt ganz viele bilder drauf ja von früher weil meine mama hat die wird 60 dieses jahr und der würde ich halt gerne so ein so ein fotobuch machen mit halt auch alten bildern halt so vom kind und von mir und so da freuen sich mams immer sehr drüber aber wie gesagt die festplatte es ist erstaunlich dass sie noch angelaufen ist würde ich jetzt mal sagen und ich würde halt ich meine sind jetzt 80 gb drauf die irgendwie relevant sind die irgendwie auf eine andere drauf schieben schnellstmöglich machen wir auch schnellstmöglich wir kaufen wir gehen sofort und jetzt sofort jetzt los sofort und nein wir gehen jetzt nicht los eine festplatte kaufen draußen zwar wir bleiben hier schön in der kühlen bude und gönnen uns eine folge ein zombie ja jetzt haben wir also haben wir auch wieder eine folge geguckt ist schon cool ist schon cool wie immer halt ja aber jetzt müssen wir so langsam mal los mein papa hat nämlich heute geburtstag richtig und normal feiert er immer samstags aber ist ihm zu warm dies jahr hat er keinen bock genau deshalb fahren wir jetzt heute mal hin war der jule geburtstag der wird 61 letztes jahr 60 geworden erinnerst du dich waren wir auch auf der feier ja waren wir auch ja und heute vormittag habe ich hier noch sein geschenk fertig gemacht könnt ihr euch mal anschauen der kriegt so ein kleines fresskörbchen genau weil ja kennt ihr ja papas haben ja in der regel schon alles ich meine im besten fall irgendwas fürs motorrad aber da hat der auch schon alles also deshalb dachte ich mir was zu essen ist nicht schlechter wird er zwar schimpfen aber es mir egal ich bin schön ja ich wollte euch noch mal ganz kurz sagen was ich gestern gemacht habe hier bis um fast halb zwei in der nacht ich habe aus tomaten ich habe gestern ungefähr sieben kilo tomaten gekauft und habe eingekocht jede menge tomatensoße eingeweckt sozusagen habe ich im backofen gemacht wie letztes jahr auch und habe ich ungefähr an die 15 gläser ungefähr rausbekommen zwei riesen töpfe das ist super brauchen wir nur noch packfleisch dazu anbraten dann kommen die so schnelles essen ist ein bisschen arbeit aber jetzt auch nicht viel halt ein bisschen heiß so im sommer aber denke ich mir schmeckt drin war es so schön kühl hier draußen backofen mäßig also neulich ja also neulich das video der heißeste tag auf texel das ist nicht gegen das hier ich will wieder zurück ich will wieder ans meer so dann gehen wir mal ein bisschen geburtstag feiern ich nehme an ihr bleibt mal draußen aber ist nicht schlimm wir kommen wieder welch nette überraschung wir gehen jetzt noch essen und dreimal dürft ihr raten asiatisch wie geil wie passend naja ich freue mich wie geil ist das denn regnet echt kleine abkühlung sehr schön gut also aus dem chinesischen essen ist italienisch geworden genau der chinesen hatte nämlich zu der urlaub jetzt haben wir lecker italienisch mit opa und oma gegessen und jetzt und knoblauch ja ich ja nicht so schläfst du heute nicht bei mir ich finde es jetzt nicht so schlimm ja es war aber schon sehr knoblauchlastig ja meins war lecker ja lecker war es auch aber es hätte auch eine spur weniger sein können das war doch jetzt gerade nett irgendwie so eine kleine portion nudeln das war nicht zu viel ist auch völlig unerwartet ja unerwartet wir wussten gar nicht dass wir was essen gehen meine mutter so wir gehen was essen ich hatte noch nichts gegessen von dann war es nicht dramatisch war jetzt gut und ja jetzt fahren wir wieder zu angela und dann werde ich denke ich mal das auto wechseln und dann mal wieder zu meiner brut zurück ja obwohl die haben jetzt die playstation wieder das ist ja eingelaufen in der villa w und ich würde mich jetzt aber auch gleich wieder vom acker machen denn meine brut wartet den vater schon so lange nicht mehr gesehen ja die werden mich eigentlich auch überhaupt nicht vermissen weil wenn ich komme muss mindestens eine playstation wieder ausgemacht werden ich meine so ist das deshalb ist eigentlich auch noch ein bisschen weg bleiben aber den ist immer genau den ist immer lieber wenn ich nicht da bin aber egal so ja aber es war doch schon mal ein schöner tag ja auch so schön dass wir uns jetzt wieder gesehen haben wir uns nicht gesehen wir sind jetzt wie der schule sammeln ja das schon so fünf sechs tage schon was krass lang ja naja dann verabschieden wir jetzt kurz angie und wir sehen uns dann gleich wieder bei mir nämlich an okay meine lieben ich lasse jetzt den tag entspannt auf dem balkon ausklingen und werde mich gleich an mein video setzen von gestern weil ich gestern abend natürlich nicht mehr geschnitten habe das heißt mein puffertag ist jetzt natürlich raus was aber nicht schlimm ist das kriegen wir jetzt wieder hin und ja draußen ist es einigermaßen erträglich ich habe jetzt gerade balkontür offen damit schön durchlüftet und dann würde ich sagen könnt ihr morgen wieder dabei sein 18 uhr wie immer bis denn gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020